Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop für den März bzw. was uns dann auch so in den April rein erwartet. Und der Neumond ist ja nur eines von drei großen Ereignissen, die uns jetzt Anfang des Frühlings eigentlich erwarten, also zu Beginn des Widerzeichens. Zuerst einmal haben wir am 20. Jänner den Eingang der Sonne in das Zeichen Wider. Das heißt, das ist wirklich der astrologische Jahresbeginn, der Frühlingsbeginn natürlich auch. Und da kommt eine ganz, ganz neue Kraft, eine ganz, ganz neue Entwicklungskraft drauf. Die Natur sprießt, du merkst schon überall die Blumen, die Bäume, da treibt was aus, da beginnt was Neues. Es bricht quasi wirklich aus dem Winterschlaf die Existenz heraus. Und wir haben da schon natürlich auch für uns selber eine gute Energie, eine gute, kraftvolle Energie, um uns zu entgiften, um uns zu reinigen. Sowohl körperlich entgiften, als auch vom Umfeld her zu entgiften. Das heißt, alles Alte, alles, was du nicht mehr brauchst, weg damit. Löse dich, trenne dich. Und schau einfach, dass du energievoll und kraftvoll in diese neue Zeit reingehst. Also das ist so dieser erste Boost, das ist so dieser Frühlingsbeginn. Und dann gleich drauf vom 20. März folgend auf den 21. März haben wir dann diesen Neumond im Zeichen Wider. Und Neumond bedeutet ja, du weißt es, treffen sich Sonne und Mond. Und das ist an einer sehr kardinalen Stellung jetzt nochmal des Widerzeichens. Das heißt, das ist auch nochmal ein sehr, sehr kraftvoller Neumond. Wir werden uns das dann gleich anschauen. Und der dritte Boost, der dann passiert, und das spüren wir schon, und du hast vielleicht mein Video schon drüber gesehen, über den Pluto im Wassermann, der ja am 23. März in den Wassermann reingeht. Das heißt, wir haben wirklich 20, 21 und 23. März immer so Schübe nach vorne, Energieschübe nach vorne. Und das kann natürlich schon bedeuten, dass man selber ein bisschen hebeliger, ein bisschen unruhiger ist, dass da viel in Bewegung ist und dass man merkt, okay, da fängt was Neues an, da kommt was Neues. Und wie diese neue Energie ausschaut, schauen wir uns dann gleich an. Grundsätzlich, was bedeutet Mond in Wider? Wider ist ja die Energie. Wider ist der Durchbruch aus dem Unendlichen in die Existenz rein. Was bedeutet das? Der Wider ist so das Zeichen, das dem Fischezeichen folgt. Also Fische ist so dieses All-Eins, dieser Stillstand. Das, was du auch jetzt so im Winter hast, also da rührt sich nicht viel. Da ist man meditativ, da ist man nicht so viel draußen vielleicht. Und dann bricht quasi der Wider in die Existenz, in diese Schöpfungsenergie rein und es startet ein neuer Zyklus mit diesem Frühlingsbeginn. Und dieses Neue ist halt dann immer so, da merkt man auch, man hat so im Innerlichen eine Aufbruchstimmung, wo man sagt, ich möchte jetzt einmal weiterkommen, ich möchte etwas angehen, ich möchte aktiver werden. Also das Wetter wird schöner, man ist mehr draußen, man betreibt vielleicht wieder mehr Sport draußen. Also das ist eine sehr, sehr gute Energie für so aktive Tätigkeiten. Was erwartet uns denn jetzt noch bei diesem Neumond? Sonne und Mond in der Konjunktion haben, ganz interessant, du siehst es, den Merkur auch noch drauf in der Konjunktion. Der Merkur ist also auch im Wider drauf. Und dieser Merkur ist ja der Planet des Handelns, ist ja der Planet, wo man sagt, auch der Kaufmänner oder der Kauffrauen und der Kommunikation und des Denkens. Und auch da ist Wider Energie da, das heißt, da kann man sagen, neue Möglichkeiten, auch geschäftliche Möglichkeiten tun sich auf. Es geht auch darum, aufzupassen in dieser Zeit, nicht zu übertreiben, das heißt, vor Streitgesprächen bitte ein bisschen achten. Also nicht so, es kann sein, dass man gereizter ist oder dass man das Gefühl hat, okay, der Ton ist ein bisschen aggressiv oder in der Kommunikation, dass man da schneller angerührt oder beleidigt ist. Also da einfach ein bisschen aufpassen mit Merkur in Mars, da ist dann schon natürlich auch so dieses überhudelte, hastige Unfallspotenzial natürlich vorhanden. Also das heißt auch aufpassen beim Bedienen von Maschinen, beim Autofahren bitte tief ein- und ausatmen und ruhig bleiben, klar bleiben und sich nicht da irgendwie in den Stress, ins Chaos begeben. Das heißt halt einfach wirklich, da ist eine Energie drinnen, da ist durchaus so ein bisschen so ein Konfliktpotenzial vorhanden, Streitgespräch und eben, ja, Unfallsgefahr. Aber auf der positiven Seite, und das muss man ja auch so sehen, kann man sagen, da kann ich neue Gedanken starten, neue Pläne schmieden, die mir dann später mal nützen. Also es ist ein gutes Zeichen für Neubeginn letzten Endes, auch dieser Merkur in dem Widder drinnen. Und wir haben jetzt zusätzlich, damit es nicht langweilig wird, wir haben eben diese Konjunktion Sonne, Mond, Merkur. Also die bilden da eine Mischenergie zusammen, das ist natürlich dann auch so das Übergefühle reden oder eben auch, wie gesagt, das Streiten, was ich gesagt habe. Und wir haben den Mars ja noch im Zwilling, der steht ja jetzt im Kommunikations-, im Intellektzeichen und der macht uns ein Quadrat hin zu Sonne und Mond. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Mars in Zwilling ist ja auch noch einmal so, auch ein bisschen so Streitgespräch. Es ist im Prinzip so ähnlich gespiegelt wieder, wie der Merkur jetzt im Widder steht, ist der Mars jetzt halt im Zwilling. Also die haben quasi so ihre Häuser ein bisschen getauscht und das bedeutet schon, dass da eine gewisse Anspannung drinnen ist. Also ich würde auch aufpassen, eben noch einmal, Mars in Zwilling, aufpassen bei Maschinen, aufpassen beim Bedienen von Maschinen, Bewusstsein und ruhig bleiben. Da ist eine erhöhte Unfallgefahr mit drinnen. Und natürlich wirst du auch spüren, eine Unruhe, eine Ungeduld. Das ist so eine Zeit, wo man innerlich irrsinnig angespannt ist. Und da geht es jetzt nicht darum, wenn du innerlich eine Anspannung hast, dass du dir hinsetzt und sagst, ich fühle jetzt, wo kommt die Anspannung her und meditierst da hin und her. Sondern da geht es darum, Entschuldigung, den Hintern zu heben und etwas umzusetzen. Wenn du selber unruhig bist und spürst, du hast Energie, dann ist das nicht, ja, die Zeit ist jetzt zu schlimm oder zu tragisch, sondern heb deinen Hintern und meditier nicht herum, putz deine Wohnung, such dir, wenn du möchtest, einen neuen Job. Ich weiß es nicht, aber werde tätig, geh laufen, mach Sport, tu irgendwas, werde aktiv. Und so kannst du diese Energie ganz gut dann umwandeln. Aber nicht sitzen und unruhig sein. Dann staut sich das nur noch mehr auf. Und das ist natürlich dann auch im Körperlichen so eine Zeit, wo ich sage, das staut sich, ist das eine Entzündungszeit. Also Maß hat immer so mit Entzündungen auch zu tun, wenn zu viel Energie, zu viel Hitze in einem System drinnen ist. Also da bitte auch bewusst sein und einfach klar bleiben und tätig werden. Deine Nervosität, deine Unruhe, kommuniziere darüber. Sprich dir das von der Seele mit guten Freunden. Oder eben wirklich, mach Sport, mach ein Boxtraining und bewege dich und bewege dich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Das ist eine Zeit für Aktion, um wirklich tätig zu werden. Also das ist ein ganz, ganz klarer Aufruf jetzt für den März, für den April mit rein, da wirklich in die Kraft zu gehen und in die Klarheit zu gehen. Wir haben ja zusätzlich auch noch den Jupiter im Witterzeichen drinnen. Und Jupiter neigt ja dann auch oft zur Übertreibung. Also da bitte einfach übertreibt halt nicht. Also nicht, dass du jetzt sagst, du haust dir da jetzt 300 Kilo auf die Leg Press und gibst da Gas. Also bitte auch nicht übertreiben, das wäre schon da ganz, ganz sinnvoll. Also ein gutes Maß natürlich da auch zu finden. Was noch dazu kommt zu Sonne, Mond und was die Energie noch mehr anheizen wird, ist der Uranus in einem Halbquadrat. Und Uranus steht ja immer noch im Stier. Das heißt, der wandelt unsere Werte. Wir erleben es ja jetzt auch immer, Bankenkrisen, Inflation, also Uranus lässt da keinen Stein auf dem anderen, im Zeichen Stier, im Revier, in unseren Werten auch, in unserem Besitz. Und der macht ein Halbquadrat hin zu Sonne und Mond. Das heißt, die Nervosität, der Druck wird da auch größer werden. Da ist nichts vorbei mit Inflation, sondern der Druck wird eher noch erhöht und es wird eher noch unangenehm und angehoben jetzt die nächsten Monate. Und ich habe es eh schon in dem Banken-Crash-Video gesagt. Ich glaube, da kommt dann noch einmal irgendwie so eine Pseudo-Erlösung dazwischen mal durch, bevor es ganz kracht. Und dann werden wir so Anfang 2024 wahrscheinlich sehen, was dann wirklich sich da formen kann, beziehungsweise was dann da noch Bestand hat von diesen alten Systemen, wenn der Pluto dann in den Wassermann wechselt. Weil momentan wechselt er ja nur für zweieinhalb, drei Monate rein in dieses Zeichen. Also am 23. ist er ja nur ein kurzer Besucher und genauso, und ich habe es in meinem Banken-Video genauer beschrieben, genauso wie 2008 die Finanzkrise in Amerika begonnen hat und mit dem Eintritt des Pluto ins Steinbock-Zeichen endet jetzt beim Austritt aus dem Steinbock in den Wassermann rein, wiederholt sich dieses Finanzdesaster. Banken gehen pleite und wir werden sehen, was da dann wieder passiert. Aber genaueres dazu in meinem Banken-Video. Das ist also diese dritte Energiewende, die wir da drinnen haben. Der Pluto, weil wir ja schon dabei waren, hat ein Sextil zu Sonne und Mond. Also Sextil ist ja jetzt nicht immer unangenehm und deshalb glaube ich auch, dass dieser Pluto-Eintritt in den Wassermann etwas in dir auslösen soll. Also Pluto geht es immer um Transformation, um Macht oder Unmacht und da geht es noch einmal darum, die Werte zu prüfen. Ich habe es im anderen Video auch schon gesagt, es geht, denke ich, in dieser Zeit ganz stark darum, dass du die richtigen Leute um dich hast und dass du selber auch erkennst, bist du wertvoll für andere. Nicht, wo brauche ich was, wo bin ich bedürftig, wo bin ich klein, sondern wo bist du wertvoll, wo ist dein wahrer Wert auch nochmal drinnen. Also das, denke ich, ist da ganz, ganz wichtig in dieser Übergangsphase Pluto in den Wassermann. Also deine eigene Vision, das, was dich weiterbringt, was dich weiterführt, Also da wirst du, denke ich, auch daran erinnert, auf sanftere Art und Weise, jetzt mit Pluto-Sextil, auf Sonne und Mond, da wirklich, dass da eine Transformation stattfinden soll. Aber wir sind noch nicht am Ende. Sonne und Mond haben noch eine Konjunktion und zwar der Neptun. Der ist zwar noch im Fischezeichen hinten, aber mit einem gewissen Orbis hat der auch noch einmal eine Konjunktion zu Sonne und zu Mond. Und das bedeutet für mich einfach, dass da Dinge noch nicht so ganz greifbar sind, noch nicht so ganz sichtbar sind, dass da etwas ein bisschen verschleiert wird, vielleicht auch noch. Das heißt, da bricht zwar was auf, aber es wird noch ein bisschen unterdrückt. Das, was ich gesagt habe, auch bei dieser Bankengeschichte, bei dieser Bankenkrise. Ich glaube halt einfach wirklich, dass wir da an einer Wende, an einem Wendepunkt stehen, an einem gesellschaftlichen Wendepunkt stehen, an einem Wendepunkt stehen, wo sich unser Leben einfach ändern muss und auch ändern soll. Wo wir wirklich alle miteinander ein bisschen klarer, bewusster, ruhiger werden sollen. Aber es ist noch nicht so hundertprozentig so dieser ganze Druck, der sich da aufbaut, diese ganze Energie, die sich da aufbaut, wird halt noch ein bisschen durch den Neptun so beruhigt. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Neptun ist ja ein Glückszeichen. Das heißt, wir können auch durchschnaufen, wir finden Ruhe in der Meditation, in der Spiritualität. Das ist eine gute Zeit übrigens auch, sich da energetisch, spirituell zu bilden und da auch was zu machen. Also nicht nur in der permanenten äußeren Welt zu sein, sondern auch in die innere Welt zu kommen. Da ist das für Neptun sicher eine gute Energie, so März, April rein. Und ich denke, das wird da durchaus mitwirken, zum Positiven. Und mit dem Spirituellen, eine gute Zeit für Spirituelle, das bietet mir natürlich eine perfekte Rutsche. Im April startet meine Ausbildung für die mediale Energetik, für deine Innenschau, für das, dass du energetisch bei dir und bei anderen arbeiten kannst natürlich. Und wir haben Inhalte wie die Aurachirurgie, es ist Astrologie mit drinnen, es ist das Aurasiehen, das Ausgleichen der Energiezentren drinnen. Und wenn dich das interessiert, schaue einfach auf meine Homepage. Da startet eben, wie gesagt, im April ein neuer Ausbildungszyklus. Und ja, vielleicht passt es ja auch für dich. Noch vor Ort in Linz, ich arbeite natürlich auch mal an Online-Programmen, aber diese Art Ausbildung, diese besondere Ausbildung kann ich nur vor Ort machen, weil da sind wir persönlich über mehrere Tage dann auch immer zusammen und können da wirklich ganz klar an deinen Themen arbeiten. Und ich kann dich dann quasi wirklich genau dorthin bringen, wo ich sage, okay, da kann die Energie dann gut bei dir fließen. Also schau gerne mal rein auf meine Homepage. Ich wünsche dir für die nächste Zeit alles, alles Gute. Bleib bei dir, bleib cool und hab keine Angst. Wirklich, wir transformieren uns. Was ist wichtig für dich, was ist notwendig für dich? Ich würde dir wirklich empfehlen, da bitte ganz klar zu sein, in die Eigenverantwortung zu gehen. Nicht zu erwarten, dass du von irgendwo gerettet wirst oder errettet wirst, sondern dass du wirklich für dich ein wertvoller, wichtiger Mensch bist, auch für andere. Und dann kommt ein ganz, ganz neuer Zusammenhalt und eine ganz, ganz gute Energie und dann kannst du auch diesen Kraftschuss so nützen. Abschließend möchte ich natürlich auch noch sagen, dass diese Energie, weil ich gesagt habe, mit technischen und das ist unter Druck, das ist natürlich auch immer wieder mit diesen Blackout-Geschichten durchaus ein Thema, dass da das Netz belasteter ist. Also das jetzt auch nur noch einmal am Rande und wiederum geht es da um die Eigenverantwortung. Aber hab keine Angst, Angst bringt da jetzt gar nichts. Sei nüchtern, sorge vor, bleibe klar, bleib bei dir. Aus dem wunderschönen Lenz, alles Gute, dein Oliver Rene, bis nächstes Mal. Ciao. Aus dem wunderschönen Lenz